Ganz gesprochen, die lieben das Outback-Gelände, es ist fantastisch. Sie wollten nur wissen, ob wir für etwas mehr Schatten sorgen könnten. Weil ich eigentlich den Mustang aus der Garage holen wollte und damit zu dem anderen Festival, wo ich letztens eine Routine gemacht habe, oder gemacht, alles klar, eingelegt habe. Aha, was hier ist jetzt da? Der Unterschied. Das ist XI 9. Und das ist 5, 6, 7, 8. Also das ist 8 und das ist 9. Und das ist 6. Subaru. 15, 16, 5. Hm. Eigentlich bin ich ja so ein Subaru-Fan. Handling ist der besser. Aber was nehmen wir denn? Nehmen wir einen Subaru oder nehmen wir einen Mitsubishi? Wir müssen ja jetzt einen nehmen, ne? Oder? Äh, dieses Angebot verfällt, wenn sie... Oh, Tom, was ist der für das? Okay, wir müssen also einen nehmen, sonst verfällt das. Also ich bin ja Subaru-Fan. Und den finde ich gar nicht mal so schlecht. 2005er. Dann nehmen wir den auch. So. Wir wählen uns den aus. Mitsubishi können wir uns ja immer noch holen. Ein Design. Haben wir denn irgendwie so ein Rallye-Design? Okay. Hm. Okay. Wie sind sie, die ganzen? Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ich glaube, wir nehmen den mal. So. Herunterladen. Sollte eigentlich ziemlich flottig gehen. Ziemlich flottig. Plink. Hm. Gänguru. D-d-d-d. Äh. Wählen. Okay. Auto kaufen. Auto mit Gutschein kaufen. Suche nach Gutschein-Paket. Ich glaube, wir haben gar keine, ne? Wieso soll ich das jetzt? Ja, natürlich. Nee. Hä? Muss man das jetzt kaufen? Ja, oder wat? Ich habe doch gar nichts gedrückt. Oh. Ein Angebot. War das eben kostenlos, Feuer? Dann nehmen wir das Design auch nochmal wieder. Dann kaufen wir uns die. Meine Güte, wir haben ja... Eigentlich wäre er ja das Dunkle hier. Äh, was wir bräuchten. Und hier noch eins? Nö. Eigentlich ist das ja das Dunkle, nicht das Helle hier. Weil... Da ist das jetzt das oder das? Oder wir nehmen das. Wir nehmen das hier jetzt. So, dann werden wir das auch nochmal herunter. Ja, wir wählen. Ja, wir kaufen. Schauen Sie den Computer los. Aber eigentlich hätte ich da vorhin abgebrochen gedrückt. Der erste Kaufbesucher beim Automesse. Automesse? Okay. Keine Ahnung. Eigentlich habe ich nichts anderes angeklickt. Naja. Wählen? Nein, wir wollen zurück. Upgrades. Ah, okay. Das ist Serie. Das ist Rally. Okay, aber das wollen wir ja nicht. Das machen wir jetzt aber nicht. Nein, nein. So, wir sollen ja woanders hin. Und dann machen wir den hier. Einsteigen. Wir steigen ein. Und dann einen schönen Mustang. Ähm. Upgrades. In-View-D-L. Ja. Was können wir denn hier so schönes machen? Einen anderen Motor. V10, V12. Ja, natürlich. Auf Allrad umbauen. Das wäre doch mal eine Idee später. Turbo-Kompressor. Aber ich finde, der ist schon so gut im Moment, wie er ist. Haben wir überhaupt hier schon mal was gemacht? Guck mal, wir können ein bisschen Luft machen. Äh. Anso, Krümmer. Drosselklappen. Ja, zu viel will ich jetzt noch nicht machen. Ein Rennen aus Puff. Oh Gott. Ich kriege noch schon ein Rennen aus Puff. Ähm. Sonst hat er ja nix. Kühlung und so. Ne. Das brauchen wir noch nicht. Ähm. Bremsen. Bremsen macht das Bremsen besser. Bremsen macht das Bremsen besser. Hier. Natürlich. Was ist das hier? Gewichtsreduzierung. Okay. Der wird schon leichter dann. Na gut. Machen wir das da raus. Wieso wird das? Hm. Guck mal. Beschleunigung und starten wird schlechter. Beschleunigung und starten wird besser. Oder wir hätten ihn nicht. Dann lassen wir das erstmal. Aber ein Design könnten wir noch vielleicht nochmal umändern später. Ach Differenzial. Ne. Das lassen wir auch erstmal. Wir lassen das mal so. Ähm. Obwohl die Felgen sehen ja schon nicht verkehrt aus. Aber wir wollen ja auch gleich zum Festival. Und wir wollen ja auch mal ein bisschen bessere Reifen drauf machen. Und hinten vielleicht ein bisschen breiter. Vorne. So. Wir haben zwar... Was haben wir denn verschlechtert jetzt? Eigentlich ja nix. Oder? Lassen wir das mal so. Ähm. Wir gucken mal. Was haben wir denn hier so schönes? Okay. Das ist... Hier haben wir nur der Farbton. Und dadurch... Verschlechtern wir uns auch. Na ja. Näh. Näh. Das würde auch passen. Aber wir nehmen den hier. Wir nehmen den. So. Ähm. Umbauten. Felgen. Lassen wir auch erstmal so. Finde die gar nicht mal so schlecht. Alles installieren. Gewicht haben wir gesenkt. Ergebnisse? Leistung haben wir auch ein bisschen. Querbeschleunigung haben wir ein bisschen erhöht. Das machen wir alles so. Bezahlen wir alles. Wie gesagt. Wir haben genug Geld. Ähm. Auto... Okay. Abgewälsladen. Karosserie. Voreinstellung. Ähm. Design und Lackierung. Das ist die Lackiererei. Design deine eigene Lackierung oder sieh dir an, was die künstlerisch begabten Kids aktuell zur Schau stellen. Okay. So, ich schenke mir mal was zu... Erstmal ein. Neue Designs suchen. Meine Designs. Autoauswahl. Aufkleber anbringen. Okay. Mustergruppe erstellen. Mustergruppe... Meine Mustergruppen. So, wir gucken mal, was die so haben. Was andere mal so erstellt haben. Mal sehen. Vielleicht mache ich das mal selber was. Oh. Werbung. Es ist Zeit für irre Werbung. Ähm. Haben wir was Schickes denn hier? Alles so nach Rennen. Ja, wir fahren ja rein. Das ist ja schon irgendwie richtig. Das sieht schon nicht verkehrt aus. Das gefällt mir. Okay. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Das sind im Prinzip auch dieselben Felgen. Okay. Coca-Cola. Mustang. Ähm. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ähm. Ne, das... Das hier, das gefällt mir schon. Auch wenn das andere so aussieht nach Carbon. Car... Carbon. Carbon. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Mein Ohr juckt. Ah, wird in meine Design gespeichert. Und für das Auto übernommen. Ah, jetzt haben wir schon wieder so viel Zeit hier verteidelt. Jetzt geht's aber gleich los. Dazu ist das andere Festival. Wird gespeichert? Ja, dann speichert auch jetzt. Oh, Junge. Was soll ich das sagen? Meine Video kann doch nicht so lange dauern hier. Oder das Schlangenhaut soll das sein, oder? Viel neue Stunts und Rennen hier in der Gegend. Falls das was für dich ist. Äh, nee. Ach, da hinten haben wir auch noch... Hier haben wir diesen Scheunenfund. Hoppala. Oh. Okay. Also wenn ich jetzt nach... Da hin fahre. Okay. So. Hoppala. Schau mal, Junge, Junge. Ach, da sind wir richtig... Okay, dass ich jetzt erst... Dass die Felgen ausgesehen. Okay, das ist... Ja, wie das... Na, gut. So besonders sieht das jetzt doch nicht aus. Oh, das ist jetzt... Oh, das ist jetzt kein Kompressor hat, die wir so haben hier. Also die Frage, was haben wir denn eigentlich für ein Garten hier? Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man jetzt irgendwo sehen kann, wie viel die Leistung denn hat. Doch, kann man irgendwo, ne? Ich glaube, in KW wird das angezeigt, ne? Ja. Na ja. Na ja. Okay, dann hättest du zu Gang. Der entspann, bin da nicht begangen. Boah, der doll. Komm da mal nach hinten. Fahr schon hier nach links. Und überhole auch verkehrt. Denk ich mal. Ne. Wenn man links verkehrt, also ist das ja so richtig. Auf jeden Fall war da ein bisschen mehr. Oh, das ist halt der Dragon Player. Der Dragon Player und weiß nicht mehr. Oder der Dragon Player und weiß nicht mehr. So, wir fahren jetzt erst ganz hier hinten hin und dann wieder zurück. Woah! Entschuldigung! Entschuldigung! Oh! Kann man nicht hier irgendwo lang? Ich fahr hier mal lang. Was kann ich? Was fühlt er mich denn da nicht irgendwo? Warte mal. Okay, das ist sowieso nicht richtig. Ah, okay. Hier und dann da. Oh, okay. Oh, okay. Dann hab ich mich. Ich hab grad was gesehen hier. Ach, Gruppe. Okay. So, passen wir einmal hier die Straße. Alles gut. Hat er irgendwie was? Aber irgendwie sieht es auch ganz gut. Und zwar, naja. In 400 Metern rechts abbiegen. Wir müssen auf jeden Fall die Pelgen ein paar beenden. Wieso nicht? Das sieht nicht gut aus. Da ist er der Dreckung bei. Ja, da guck mal wieder. Da guck mal wieder. Fahren wir da jetzt noch hin? Guck mal, ey. Ja, so scharf kann ich ihn dann so auch nicht werden. Außerdem hat ich den Vorfahren. Guck mal, ob wir irgendwas schönes welche finden. Und dann werden wir hier dann das BNN abbiegen. Jaha. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen vorne. So. In 100 Metern scharf links abbiegen. Und dann wieder nach links. Bisschen zu spät eingeschüttet. Da ist ein Schild. Einmal wenden bitte. Einmal wenden. Einmal wenden. So. Wir gucken mal, was wir hier gleich so machen können. Also bei diesem Festival. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas getwickelt habe, weil ich zu den anderen Festival gefahren bin. Und ich weiß es nicht. Das wird natürlich auch wahr. Oder die nächste Folge. Für euch wird das die nächste Folge sein. Für mich wird das gleich sein. Dann werden wir so ausgerufen. In 2. 2. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. Parkplatz, da war ja was. Und wenn wir nicht sagen, stellen wir uns hier mal hin. So, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn, tschüss.